Wir streben natürlich immer den maximalen Erfolg an und wissen, dass wir ein paar Fehler gemacht haben in der Hinrunde. Und deshalb wollen wir es natürlich auch in der Rückrunde besser machen und haben alle Möglichkeiten, das auch zu tun. Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Als Verein haben wir uns viel vorgenommen als Mannschaft. Wir wollen auf jeden Fall vorne angreifen und bestmöglich dann Meister werden. Die Rolle des Jägers kennen wir jetzt nicht unbedingt, aber die Motivation ist natürlich sehr hoch. Und ja, wir sind hungrig und wir wollen es unbedingt schaffen. Es wird natürlich nicht leicht mit sechs Punkten Rückstand, aber es kann sich auch wieder schnell drehen. Wenn Dortmund ein Spiel verliert, dann der direkte Vergleich auf jeden Fall, den wir gewinnen müssen. Denk ich weiß man nie. Fußball ist einfach so ein Ding. Die Meisterschaft ist lang und hoffentlich werden wir am Ende oben stehen. Aber dass es nicht leicht wird, das wissen wir. Dass Dortmund auch vielleicht das ein oder andere Spiel dann mit Glück gewonnen hat, das haben wir auch in der Hinserie gesehen. Ich glaube, über eine etwas längere Zeit, wie jetzt auch in einer ganzen Saison, dann hat man immer vielleicht auch Schwächeperioden. Und diese Phase wird auch die eine oder andere Mannschaft dann betreffen und wir werden sehen, ob es auch den BVB treffen wird.